So war Dika. Herzlich willkommen. Ich bete zu Gott, dass er Sie segnet. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, um Gottes Wort zu hören. Ich bin sicher, dass Sie durch die Salbung der Bibel die Kraft erhalten und Leben beziehen. Und ich bete zu Gott, dass er Sie durch dieses Video, dass er Ihre Fragen beantworten kann. Im Namen Jesu. Amen. Heute möchte ich über eine ganz wichtige Lehre sprechen, die Jesus uns gegeben hat. Das war die Ursache, warum ich Christ geworden bin von Anfang an. Die Sache mit Gott und mit Jesus ist ganz anders als alle Religionen dieser Welt. Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, möchte er, dass wir auch unser Leben in der Liebe leben. Ich habe gute Arbeit getan, aber das war alles nur für mich selber. Aber nachdem ich an Jesus Christus geglaubt habe, fing ich an andere zu lieben, damit es ihnen auch besser geht als mir. Gott liebte uns zuerst und er möchte, dass es uns gut geht. Und das ist die Kraft in uns, dass wir andere lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Johannes 13, Vers 34. Sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Das ist keine Bitte, die Jesus an uns richtet. Es ist ein Befehl, dass wir uns gegenseitig lieben sollen. Wenn wir uns lieben, dann hat Gott wohlgefallen an uns. Ich möchte euch mutter machen, im Leben mehr und mehr zu lieben, so lange bis Jesus wiederkommt oder bis wir uns in der Ewigkeit wiedersehen. Die Sache mit der Liebe ist ganz, ganz wichtig. Und Jesus hat sehr oft und sehr viel über die Liebe gesprochen. In Matthäus 22, Vers 37-40. Matthäus 22, Vers 37-40. Jesus aber sprach zu ihm, Du sollst lieben, Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus hat das zusammengefasst, das Alte und das Neue Testament steht in diesen zwei Geboten. Der erste Punkt ist, dass Jesus von ganzem Herzen zu lieben. Der zweite Punkt ist, unseren Nächsten zu lieben, so wie wir uns selbst lieben. Und das ist wie das Kreuz, das eine Linie geht nach oben und die andere geht zum anderen, zum Nächsten. Die Linie nach oben, liebe Gott von ganzem Herzen. Der andere Balken des Kreuzes, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ruf, mein Gott, ist das Bild der Liebe. Ich danke Gott, dass er ein Gott der Liebe ist. Und wenn dein Herz voller Liebe ist zu Gott und zu den Nächsten. Dann wirst du auch alle anderen Gebote automatisch erfüllen. Dann wirst du nicht andere betrügen oder andere beschädigen. Dann wirst du nicht die Ehe brechen. Dann wirst du nicht andere schlecht machen oder über sie lügen, damit sie das Böse bekommen. Ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde nicht, weil es ein Gesetz ist, weil ich das so tun soll. Ich gehe in die Gemeinde, weil ich Gott liebe. Ich lese meine Bibel, weil ich Gott liebe und weil ich Gott immer besser kennenlernen möchte. Ich liebe Gott, nicht weil ich angestellt bin. Ich bin ja Arzt, sondern weil ich Gott liebe. Darum diene ich ihm von Herzen. Ich mache das alles mit großer Freude, dass ich meine Zeit und meine Kraft für Gott opfere. Sie sehen, die Liebe ist die Treibende Kraft in unserem Leben, dass wir das alles tun. Ich möchte euch nicht nur eine Christliche Religion zu folgen, sondern Gott zu lieben. Und da ist es so wichtig, dass wir eine gute, enge Verbindung zu unserem Schöpfer haben. Und diese Verbindung zu Gott dem Schöpfer ist eine Verbindung der Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Jesus geschickt und Jesus ist für uns gestorben. Er war bereit sein Leben hinzulegen, weil er uns liebte. Und darum erwidern wir diese Liebe. Und dann gehorchen wir dem Herrn, weil wir uns lieben andere genauso wie wir uns selbst lieben. Und diese Liebe zum nächsten, die kommt hauptsächlich und nur daher, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben. Unsere Kraft reicht nicht aus, andere zu lieben. Weil durch die Natur der Menschen, die uns selbst lieben und immer an uns selbst denken. Wir sind zünder und darum denken wir immer zuerst an uns. Aber wenn wir Gott von Herzen lieben, dann kommt seine Herzen, Liebe in unser Herz hinein. Und dann können wir auch andere lieben. Und dann können wir auch andere lieben. Auch wenn sie nicht liebenswert sind. Und wenn sie etwas falsch machen. Auch wenn sie etwas falsch machen. Auch wenn sie uns überhaupt nichts Gutes getan haben. Die Bibel sagt, Gott hat uns so geliebt Als wir noch Sünder waren. Als wir noch Gott abgelehnt haben. Hat er Jesu geschickt und Jesu ist für uns am Kreuz gestorben. Darum glaube ich fest dieses Kreuz ist das Bild der Liebe. Jedes Mal wenn ich an ein Kreuz sehe, dann denke ich an die Liebe Gottes. Und aus dieser Liebe die von Gott herunter kommt kann ich andere lieben. Johannes 15, 22 Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, gleich wie ich euch liebe. Jesus sagt sehr deutlich, ich liebe euch und darum liebt ihr euch untereinander auch. Ich bin der Pastor und der Hirte dieser Gemeinde. Ich habe einen ganz starken Wunsch, dass meine Mitglieder in der Gemeinde diese Liebe von Gott kennenlernen. Ich will, dass jedes einzelne Mitglied in der Gemeinde diese Liebe Gottes schmeckt und mit ihr in Kontakt kommt. Ich bin total beeindruckt von der Liebe Gottes. in meiner Familie. Ich bin ganz sicher, dass Gott mich sehr, sehr liebt. Nicht nur weil Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Gott hat die Krankheit meiner Frau geheilt als sie krank war. Gott hat auch mich geheilt als ich krank war. Als ich nach Amerika kam, hat Gott mir auf wunderbare Weise eine Arbeit gegeben. Und ich sehe, wie Gott meine Kinder versorgt und auf sie aufpasst. Und das beeindruckt mich ganz tief in meinem Herzen. Und umso mehr möchte ich diese Liebe weitergeben und weiter zeigen. Und darum möchte ich ganz viel glauben, immer noch mehr glauben an Gott haben. Damit meine Mitglieder wachsen im Glauben und stark werden. Und darum möchte ich mich um die Kraft, um die Fülle des Heiligen Geistes. Damit meine Mitglieder wirklich helfen kann mit der Kraft Gottes. Und ich sehe, dass die Mitglieder der Gemeinde Gott erlebt haben und dass Gott ihnen wunderbar geholfen hat. Dann freue ich mich riesig. Und das führt dahin, dass die Mitglieder der Gemeinde auch Gott immer mehr lieben und untereinander die Liebe immer mehr wächst und stark wird. Jesus hat es immer wieder betont und immer wieder gesagt, liebt euch untereinander. Und die Frucht hängt an den Reben dran. Und die Frucht hängt an den Reben dran. Und Jesus sagt, wenn ihr Frucht bringt könnt ihr bitten was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Und wir werden diese Frucht bekommen, wenn wir das befolgen was hier steht. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und unser Leben bringt Frucht und Gott wird dadurch geehrt, wenn unser Leben voll ist von seiner Liebe. Ich meine, diese Lehre ist ganz, ganz wichtig für euch. Ich meine, diese Lehre ist ganz, ganz wichtig für euch. Ich wünsche euch ganz gut zu. Und ich wünsche euch ganz gut zu. Und ich wünsche euch danach. Ich wünsche euch 17, 21. Johannes 17, Vers 21, spricht Jesus wieder über die Liebe. Jesus will, dass seine Kinder eins sind und sich gegenseitig lieben. Genauso wie der Himmelische Vater und Jesus sich gegenseitig lieben und eins sind. Ich wünsche euch, dass sie alle eins sind, sagt Jesus, gleich wie du Vater in mir und ich in dir. So sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Seht ihr, wenn die Menschen sehen, dass wir Gott von Herzen lieben, dass wir uns untereinander lieben, dann erkennen sie, dass Gott Jesus gesandt hat. Und dass er uns auch liebt. Ich wurde zu einer Hochzeit in Thailand eingeladen. Der Vater der Braut war total gegen Gott. Und wenn er die Frau, die Frau von Christen kam, dann kam, dann kam die Frau von Christen. Und wenn sie sich über die Frau und ihr Mann kam, dann kam die Frau von Christen. Als der Schwieger Vater erkannt hat und gesehen hat, wie die Freunde alle Christen waren und wie sie sich untereinander geholfen haben und wie sie miteinander fröhlich miteinander waren. Nach dieser Hochzeit hat der Vater der Braut zu ihr gesagt, jetzt hat sich meine Einstellung total geändert. Das ist eine tolle Sache die Christen. Und dann hat er die Tochter gefragt, wo ist die nächste Gemeinde? Ich möchte auch in die Gemeinde gehen. Jetzt erst kürzlich habe ich die Möglichkeit gehabt mit jemand in Bangkok zu sprechen. Und in dieser Familie gab's Streit und sie hätten sich kam fast zur Scheidung. Sie hatten keine Freude, keinen Glück mehr in ihrer Ehe. Und dazu kam noch, dass sie über die Verwandtschaft mit 30,000 Baat verschuldet worden. Und dann kam dieses Ehepaar unter meine Pastorale Betreuung. Und dann hat sich ihr Leben durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist verändert. Und sie haben angefangen sich wieder zu lieben und jetzt streiten sie immer miteinander. Und sie haben gemerkt und empfangen die Liebe Gottes. Und in zwei Jahren war die Schuld mit von 30,000 Baat weg. Entschuldigung, nicht 30,000, sondern 30 Millionen Baat war das. Und letzte Woche habe ich diesen Mann mit ihm telefoniert. Und er sagte mir, mein Vater war immer gegen die Christen. Und jetzt hat mein Vater gesagt, nächste Woche möchte ich auch mit in die Gemeinde gehen. Er hat sein Herz geöffnet, möchte auch Christ werden. Weil er die Liebe Gottes erkannt hat, die Gott in diese Familie, in diese Ehe hineingelegt hat. Er hat 30 Millionen schulden waren weg und die beiden haben sich wieder geliebt. Sie können Gott nicht sehen, denn Gott ist im Himmel und er ist ein Geist. Aber sie können Gott in uns und durch uns erkennen. Wie Gott Gutes an uns und in unserem Leben tut. Unsere Krankheit heilt. Uns befreit von Schulden. Dann haben wir immer mehr Glück und sind fröhlich miteinander. Unsere Finanzen werden immer besser. Und wir können andere immer mehr lieben und das zeigen. Das andere, die Gott noch nicht kennen, sagen, diesen Gott möchte ich auch kennenlernen. Seht ihr, die Liebe ist sehr, sehr wichtig. Echte Christen werden immer in der Liebe leben. Denn sie kennen ihren Gott. Und Gott ist Liebe. Wenn du mit einem Menschen immer wieder viel zu tun hast, mit ihm viel zusammen bist, dann wird sich seine Charakterzüge auf dich übertragen. Und wenn du ganz viel Zeit mit Gott verbringst, dann wirst du auch die Eigenschaften Gottes übernehmen. Und wenn du in einer Gemeinde bist, die sich gegenseitig lieben, dann wird diese Liebe auch auf dich überspringen. Neue Testament in Galatia 5, Vers 24, Vers 14. Da heißt es, denn alle Gesetze werden in einem Wort erfüllt, in dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jakobus 2, Vers 8. Wenn ihr das Königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn du deine Nächsten liebst, wie dich selbst liebst, dann handelst du nach dem Gesetz Gottes. Ich möchte, dass Gott mich anlächelt und sagt, das hast du sehr gut gemacht. Ich möchte, dass Gott mit mir zufrieden ist und mich liebt, nicht weil ich was Gutes getan habe, sondern weil ich seine Liebe im Herzen habe. Und das ist, dass wir Gott liebst und uns liebst und uns liebst. Und das ist, dass Gott liebst, was wir denken, was wir tun, was wir reden. Und das ist, dass Gott liebst, was wir denken, was wir denken, was wir tun, was wir tun, was wir tun, was wir tun, was wir tun? Zu Gott, zu Gott oder nicht. Und das ist, was wir tun, was wir tun, was wir tun, was wir tun, was wir tun. Und das, was dich antreibt, deine Motivation, sollte sein, die Liebe Gottes. Und das ist, was mich seit 38 Jahren schon bewegt und immer wieder die Frage, tue ich das jetzt aus Liebe zu Gott oder nicht? Dass wir diese Aufnahmen machen hier, das zeigt auch, ich möchte, dass ihr, die ihr diese Botschaften hört, mit der Liebe Gottes in Kontakt kommt. Ich möchte, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Und dass ihr starke Christen werdet und den Segen Gottes bekommt. Weil diese Liebe aus mir ist und aus mir herausfließt, darum lehren wir das jetzt. Und wenn ich Deutsch könnte, dann würde ich auf Deutsch predigen. Aber Gott hat mir gesagt, du kannst kein Deutsch, du musst dich auf andere Menschen verlassen. Und ich glaube, dass ihr auch durch diese Predigten den Pastor Helmut auch kennenlernt. 1. Johannes 4, Vers 7 Dann lesen wir, ihr Lieben, lasst uns untereinander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Und Vers 11, wir lesen wir, ihr Lieben, hat uns Gott so sehr geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Sie sehen, wenn ihr wissen wollt, ob jemand wiedergeboren ist und Gott kennt. Das erkennt man nicht daran, dass ein Kreuz um Hals hat. Oder ein Kreuz dran. Nicht weil er in die Gemeinde geht oder in eine Kirche geht und sagt, ich möchte Mitglied in dieser Kirche sein. Wer wiedergeboren ist und Gott wirklich kennt, der wird in der Liebe leben. Das ist meine Erfahrung. Seit 38 Jahren, als ich Christ geworden bin, als ich Jesus in mein Herz aufgenommen habe, da wurde mein Leben anders. Als ich damals niederkniede und mein Hauptgesenkt habe und Jesus in mein Herz aufgenommen habe, danach wurde ich ein neuer Mensch. Da kam der Heilige Geist in mein Leben heran. Und da kam auch die Liebe zu Gott hinein. Und ich kann mich an noch erinnern, am Samstag habe ich Jesus aufgenommen. Am Sonntagmorgen habe ich zu meiner Frau gesagt, heute gehen wir in die Kirche. Und in der Gemeinde habe ich die Predigt gehört und habe alles aufgeschrieben, weil ich Gott immer mehr kennenlernen wollte. Und meine Liebe zu meiner Frau wurde auch immer stärker und immer größer und unsere Ehe wurde immer besser. Ich habe auch meinen Vater immer mehr geliebt und habe alle anderen, die in meiner Nähe waren, immer mehr geliebt. Und das ist echt ein Wunder, denn vorher war ich ein sehr Egoistischer Mensch. Ich möchte euch Mut machen, prüft euer Leben und euer Sein. Die Bibel sagt sehr deutlich, ihr Lieben lasst uns untereinander lieben, denn die Liebe ist von Gott und wer Lieb hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Ich möchte, dass ihr wirklich Gott kennenlernt und dass ihr von neuem geboren werdet und die Kraft Gottes in eurem Leben bekommt. Und wenn du dir nicht klar bist, ob du ein Kind Gottes bist, nur weil du vielleicht einmal eine Zeremonie in der Kirche mitgemacht hast. Ich möchte, dass du vielleicht als Kind getauft hast. Aber danach hast du Gott nicht mehr geliebt und auch die Liebe nicht mehr zu anderen Menschen gehabt. Lass uns doch heute anfangen, neu anfangen als Kinder Gottes zu leben. Und du kannst wirklich mit Gott reden und sagen Herr, ich möchte dein Kind werden. Die Bibel sagt sehr deutlich, wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet. Als ihr als kleine Babys in der Kirche getauft wurdet, habt ihr bestimmt nicht gewusst worum es geht und konntet auch nicht bekennen, dass ihr Christen seid. Lass uns doch neu anfangen von heute an. Ich möchte euch Mut machen, jetzt mir nachzusprechen. Glaube im Herzen. Jesus hat mich lieb. Er ist am Kreuz für mich und für meine Schuld gestorben. Und dann sprich mir nach. Herr hemmlicher Vater, ich möchte mit dir in Verbindung kommen. Ich möchte neu geboren werden, heute. Ich möchte dein Kind werden. Ich möchte dein Kind werden. Du bist Liebe. Du hast deinen Sohn Jesus geschickt. In diese Welt. Um am Kreuz zu sterben. Und meine Schuld wegzuwaschen. Danke Herr Jesus. Danke Herr Jesus. Dass du mich zuerst geliebt hast. Ich bitte dich Herr Jesus, komm du in mein Leben hinein. Komm herein in mein Herz. Von heute an. Ich bin ein echtes Kind Gottes. Ich werde dich lieben. Ich werde andere lieben. Gott sei Dank, dass er mich heute gelehrt hat. Im Namen Jesu Christi. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ich möchte euch meine Freude zum Ausdruck bringen. Alle die damit gebetet haben, bin ich sicher, dass Gott euren Namen im Himmel aufgeschrieben hat. Ich möchte euch Mut machen, in eine gute Gemeinde zu finden, die sich unter andeinander wirklich lieben. Lest die Bibel. Bete, rede mit Gott jeden Tag. Und höre auf diese gute Lehre, damit du wächst im Glauben. Und ihr könnt auch weiter uns zuhören und mehr lernen. Gott segne euch. Die Bibel sagt, dass Gottes Wort Nahrung für den Heiligen Geist ist. Ich bin mir sicher, dass ihr die himmlische Nahrung durch dieses Video erhalten habt. Und dass Gott euch Kraft und Salbung schenkt. Und euch auf eurem Weg begleitet. Bitte den nächsten Teil folgen. Sschüss.